Ich bin Andrea Engler-Bading, ich komme hier aus Luhmühlen, habe hier den Hof Fehnbusch. Wir betreiben eine Reha-Station für Pferde und bin dieses Jahr das erste Mal als Sponsoring-Partner hier in Luhmühlen am großen Turnier mit dabei. Wir sind hier an einer Fehnbusch-Kombination, das ist Sprung 6AB. Fehnbusch steht für alles Gute für Training, Prävention und Behandlung. Wir bieten neben der ambulanten Trainingsergänzung für Sportpferde im Aquatrainer alles für kranke und verletzte Pferde. Von der Klinik aus in der Stehzeit bis hin über Schritt führen, wieder antrainieren im Aquatrainer, an der Hand, auf dem Laufband bis hin unter den Sattel. Oder dann auch für Lungenpferde haben wir diverse Programme, da können wir viele, viele Krankheitsbilder abdecken. Jetzt geht es bald los hier in Luhmühlen. Wir wünschen allen Teilnehmern ganz viel Spaß und Erfolg. Das wird mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles, erfolgreiches Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020